Das war die Cartonito Märchenstunde für heute. Morgen um 18.30 Uhr geht's weiter. Jetzt erleben Mogli und Balou jede Menge Spaß. Hier bei Bumerang. Und danach erleben die Tiny Toons jede Menge wilde Abenteuer. Elmore ist eine ganz gewöhnliche Stadt. Es gibt freundliche Nachbarn, ein paar Rabauken, Spaßvögel. Du hast große Kinder und schlaue Kinder. Alles ganz normal. Okay, ein paar Sachen sind schon komisch. Die Deutschland-Premiere. Neue Folgen der fantastischen Welt von Gumball. Sonntags, 17.25 Uhr. Nur bei Cartoon Network. In der Dunkelheit des Dschungels schleicht hier Kahn sich an. Doch der mächtige Tiger kommt an Mogli nicht heran.